Die Unternehmen der Regionen werden präsentiert von der VIGOS. Sage mir, wie du baust und ich sage dir, wer du bist. Ich denke, da hat der Christian Morgenstern durchaus recht mit. Gebaut wird sehr gerne mit Klinkern oder Riemchen. Wir haben einen Weltmarktführer hier im Landkreis Osnabrück. Das ist die Firma Feldhaus Klinker in Bad Laar und genau die besuchen wir jetzt. Hallo Herr Feldhaus. Hallo Herr Wiebrock, herzlich willkommen. Ja, wir sind hier bei der Firma Feldhaus Klinker in Bad Laar, bei mir Herr Feldhaus. Herr Feldhaus, das ist ein schöner Garten hier im Hintergrund. Wofür brauchen Sie den? Ja, das ist für uns die Ausstellung, um unsere Produkte zu präsentieren. Vor allen Dingen unsere Klinkerriemchen, unsere Klinker und auch unsere Pflastersteine. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was zu Ihrem Unternehmen. Wir haben ein Unternehmen seit 1857, 150 Jahre, beschäftigen hier im Augenblick 105 Mitarbeiter. Wir sind weltweit aktiv, exportieren in 30 Ländern, sehr stark im Ostblock vertreten und sind quasi mit Riemchen Marktführer. Die Winkelriemchen und auch auf die Riemchen haben wir ein Verfahrenspatent seit ungefähr zwölf Jahren. In der Form, wie bei uns die Riemchen hergestellt werden, das ist also einmalig. Jetzt helfen Sie kurz auf die Sprünge, ich kenne Klinker, was sind Riemchen? Früher wurden die Riemchen quasi von einem ganzen Stein geschnitten. Die sind also vor allen Dingen notwendig bei Renovierung und Sanierung von Häusern, also Altbauten. Und heute werden diese Winkelriemchen einzeln gezogen im Strang, sodass also dieser Trägerstein wegfällt. Und wir dadurch natürlich sehr viel Ressourcen sparen. Das heißt, aus weniger Ton gebraucht haben wir ungefähr 8000 Tonnen weniger Ton im Jahr. Und wenn Sie unsere Produktion gerne mal besichtigen wollen, würde ich Sie ihn jetzt gerne zeigen. Das wäre klasse! Das ist der Ton, aus dem die Klinker sind. Wir sind in der Tonlagerhalle der Firma Feldhaus. Herr Feldhaus, nun ist das hier eindeutig kein Klinker. Was muss denn passieren, damit aus diesem Rohstoff tatsächlich hinterher der fertige Klinker wird? Ja, wir haben also verschiedene Gruben, die uns selbst gehören, aber auch viele Fremdtone, die wir hier zuführen. Wir nehmen also nur die beste Qualität an Tonen. Das Material wird mit einem Radlader zur Aufbereitung geschafft und dort quasi in Verbindung auch mit Wasser gemischt, zerkleinert und auf eine Korngröße von einem Millimeter gebracht. Wie geht es dann weiter? Und anschließend wird das Material zur Presse gefördert, über Bänder und wird dort quasi dann zu Steinen geformt. Könnten wir uns das vielleicht mal vor Ort anschauen? Unser Betriebsleiter, Herr Schröder, will Ihnen das hier zeigen. Gut! Ja, Schröder hat mich jetzt mit in die Produktionshalle genommen. Hinter uns ist einiges zu tun. Und was passiert denn, wenn der Ton zusammengemischt ist? Ja, die Strangpresse produziert einen kontinuierlichen Tonstrang. Der wird in einen einzelnen Batzen geschnitten. Dieser Batzen wird zu einer Schneidehafe transportiert und dort in das gewünschte Nassmaß geschnitten. Wie viele Stück produzieren Sie ungefähr pro Stunde? In etwa bei diesen beiden Pressenlinien ungefähr 30.000 Stück pro Stunde. Das ist ein Wort. Wie geht es denn weiter? Anschließend geht es weiter mit dem Trocknungsprozess. Die Riemchen durchlaufen den Tunnel-Trockner für circa zwei Tage bei einer Endtemperatur von ungefähr 100 Grad. Dann wird der Ofenwagen weiter in den Tunnelofen geschoben. Da wird dann richtig gebrannt. Ja, richtig. Genau. Das Produkt ist fertig, fertig gebrannt. Was passiert dann? Unsere Mitarbeiter kontrollieren die Qualität und verpacken das Produkt. Und von dort aus geht es dann ab in die ganze Welt. Das ist ein tolles Stichwort, denn das ist ja genau der Titel unserer Sendung. Überall bekannt aus dem Osnabrücker Land, also auch bei der Firma Feldhaus. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schröder, für die vielen Informationen. Dankeschön auch bei Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Überall bekannt aus dem Osnabrücker Land. Die Unternehmen der Region wurden präsentiert von der VIGOS. Die Unternehmen wurden präsentiert von der Verhandlung eingepäsentiert von der VIGOS. Vielen Dank.